ja hallo meine lieben ja die mütze sieht beknackt aus ich weiß auch die wurde mir mal geschenkt und auch meine schelast mütze werde ich ab und zu vertragen jede mütze wird getragen werden nur weil sie ein bisschen bekloppt aussieht würde es der mütze wehtun wenn ich sie deshalb nicht trage ja also heute geht es klares thema um meine 20 lieblings stücke von gameboy advance spielen ich muss dazu gleich vorweg sagen es wird nicht so variantenreich sein ich habe auf dem gameboy advance eine sehr überschaubare anzahl an spielen durchgespielt es beschäftigt sich damit hauptsächlich um sehr bekannte titel das heißt es wird eigentlich werden die tracks sehr bekannt sein es ist diesmal nicht so dass ein paar underdog leader dabei sein werden der eine oder andere track werde dir denken ach ja den gibt es ja auch noch dann aber wie gesagt es beschränkt sich echt auf eine sehr überschaubare anzahl von spielen das ist natürlich schade ich habe meine toplisten ganz gerne mal ein bisschen abwechslungsreich aber was soll man machen diese spiele habe ich gespielt von diesen spielen gefällt mir die musik am besten und so gestaltet sich dann meine top 20 ja ich habe wie immer ein inhaltsverzeichnis da könnt ihr die plätze auch direkt angucken ihr könnt also im inhaltsverzeichnis auf das nächste klicken wenn euch das nicht interessiert ja ansonsten ist eigentlich alles vom alten ich werde gleich wie immer nichts sagen zu den einzelnen tracks weil ich auch möchte dass man sich dieses einfach mal komplett alleine irgendwie angucken kann also einfach mal durch hören kann ohne mir da irgendwie zu hören oder so zu müssen ich habe trotzdem mir die mühe gemacht gameplay material reinzuschneiden für die dies doch gucken wollen und am ende werde ich auch nichts mehr sagen das thema ist klar ich würde natürlich trotzdem sehr interessieren schreibt das bitte in die kommentare erstens könnt ihr natürlich immer kritik an mir äußern das haben wir jetzt neu eingeführt wenn euch irgendwas an der machart von diesem video nicht gefallen hat oder ihr verbesserungsvorschläge habt schreibt das immer gerne rein auch wenn ihr sagt das hast du diesem unter scheiße gemacht denn t-shirt könnte gebügelter sein könnt ihr gerne schreiben auch natürlich möchte ich vor allem wissen welche tracks von gameboy advance haben euch denn überzeugt nicht spiele ja es geht mir gar nicht mal so um die spiele sondern speziell welche musik vielleicht habt ihr ja andere tracks aus den spielen die ich vorgestellt habe oder ganz andere spiele von daher wir sehen uns beim nächsten video viel spaß mit der wunderschönen musik bis zum nächsten video Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020